Herzlich Willkommen bei diesem Monatshoroskop Juni 2019 nach indischer Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr, weil dann kommt Bankgebühren dazu. Liebe Beryllia, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop nach indischer Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber nicht wundern, dass es anderes ist als in westlicher Astrologie. Dieser Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das bleibt immer so und das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Ich möchte hier bei Geburtshoroskop auf den Mondknoten eingehen, weil das ist ein karmischer Weg. Hier die absteigende Mondknoten zeigt deine Vergangenheit. In diesem Weg bist du schon gegangen, das kennst du schon. Das zeigt die Zeit, was du erlebt hast im früheren Leben. Natürlich kommt die Wiederenergie, aber das ist mehr die Zuhause, die Rückzug, die Basis, die Fundament. Und hier hast du Merkur auch in diesem Tierkreis zeichnen, im vierten Lebensbereich. Und Merkur ist rückläufig in dein Horoskop. Und diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Nicht nur karmischen Themen, sondern auch deine Kindheit. Und du brauchst in deinem Leben Sicherheit, Stabilität, bist oft auch auf den Rückzug, obwohl wieder ist er mutig und fangt auch mal gerne etwas Neues an. Aber wenn das um die Öffentlichkeit geht, dann traust du es nicht zu. Und hier hast du auch karmischen Themen, weil du sollst in die Öffentlichkeit, du sollst Anerkennung und Ansehen bekommen. Das ist ein karmischer Weg. Die aufsteigende Mondknoten oder dieser Drachenkopf zeigt in diese Richtung. Neptun ist der Planet der Künstler, ist im Waage. Waage bedeutet auch Kunst, Kreativität, Schönheitssinn. Berufung, das ist deine Berufung. Und da sollst du dich oder könntest du dich verwirklichen. Zeigt auch die Berufung, auch die Öffentlichkeit, auch deine Ziele, deine Träume, deine Wünsche. Hier im fünften Lebensbereich liegt auch die Kreativität, die schöpferische Kraft. Hier hast du Venus im Stier. Und Venus fühlt sich sehr wohl im Stier. Venus ist nicht nur die Liebe oder die Weiblichkeit, sondern auch die künstlerische Begabung. Also hier hast du die Talente, die Fähigkeiten. Es kann sein, dass das gebremst war in deiner früheren Kindheit, aber du lernst, das zu vertrauen, das zum Leben, deiner Berufung leben und auch in die Öffentlichkeit präsentieren, nach außen bringen, weil das ist der Weg, was deine Seele braucht. Hier diese Mondknoten. Also soviel zu deinem Geburtshoroskop. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt, aber Sonne, Mond und die Planeten, sie bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung, was man Transit nennt, diese Transitbewegung löst etwas im Geburtshoroskop aus. Und genau das schauen wir an bei diesen Monatshoroskopen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil in Wirklichkeit bewegt sich unser Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung aus Erde aus gesehen, scheint uns das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne machen würde und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Diese beiden Mondknoten, die beiden Karten nehme ich raus vom Geburtshoroskop, weil ich brauche das bei der Bewegung, weil sie sich auch bewegen. 1. Juni 2019, Uranus bewegt sich im Wider. Und das hast du hier im tiefsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis, das ist der Fundament. Kann auch bedeuten, dass du gründest etwas. In diesem Lebensbereich ist auch deine Wohnsituation und diese Uranusbewegung, was nicht nur Juni ist, sondern noch einigen Jahren, hier im Wider-nach-indischen Berechnung, löst Veränderungen aus in deine Wohnsituation. Oder, dass dein Leben verändert und du gründest etwas. Und hier hast du auch karmische Themen, das wird auch aktiviert. Nicht vergessen, hier ist in deinem Geburtshoroskop Ketu, der Drachenkörper, die absteigende Mondknoten, was die Erinnerungen zeigt. All das, was du schon erlebt hast im früheren Leben. Im 1. Juni ist auch Venus und Mond hier im Wider, also auch Venus. Dieser Venus-Einfluss bedeutet hier, du verschönerst etwas zu Hause. Venus im Geburtshoroskop bedeutet dich, dein Weiblichkeit oder Bezug zum Leben. Bei dieser Bewegung, bei dieser Transit-Bewegung kann auch andere Frau oder andere Frauen auch sein. Also möglich ist auch, dass du Besuch bekommst von einer weiblichen Person. Mond ist auch im Wider. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst unsere Gefühle. Und Mond aktiviert auch einiges im Horoskop und das ist gerade entweder Neuanfang oder Neuigkeiten oder hat das mit deinem Wohnsituation was zu tun. Im 1. Juni steht sogar Mond mit Venus in Verbindung und sie wirken zusammen. Das hat einen Einfluss auf deine Gefühle bezüglich Liebe, Partnerschaft oder hast du die Bedürfnis zu Hause etwas verändern, verschönern. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeige in diesem kosmischen Uhr und zeigt immer Monatsthemen. Monatsthemen und das ist bei dir gerade Stier. Das heißt Monatsthema ist etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, um die Finanzen zu kümmern. Stier bewahrt die Ruhe, genießt das Leben, liebt das Gemütlichkeit, das brauchst du auch. Und hier im 5. Lebensbereich hat das einen Bezug zum Kinder oder lebst deine Kreativität, du genießt es auch. Und es ist sehr wichtig, dass du zur Ruhe kommst, dass du die Tage genießt, dass du alles schön kreativ gestaltest. Merkur ist auch im Stier und Merkur löst aus Gesprächen, Kontakte, Terminen, auch einiges in Bewegung. Merkur steht auch zur Zeit der Jugend, Kinder und Jugendliche. Das kann auch eine Kontakt- oder Verbindung sein. Oder hast du eine jugendliche Aussehen, Ausstrahlung und es ist so lebendig und kommt auch die Lebensfreude hier in diesem Bereich, hat auch einen Einfluss auf das Liebesleben. Mars setzt etwas in Bewegung, das zeigt auch deine Kraft. Mars ist in Zwillingen. In dein Geburtshoroskop ist auch hier in Zwillingen. Hier war Mars und hier bewegt sich jetzt Mars wieder. Das heißt, du hast hier ein Mars-Wiederkehr. Und es zeigt auch deine Kraft, dass du dich einsetzt im Alltag und in Arbeit. Bei dieser Bewegung bedeutet auch anderen männlichen Personen. Mars im Geburtshoroskop ist der Mann, der Partner. Bei dieser Transit-Bewegung kann das auch andere männliche Personen sein. Und hier im Arbeitsbereich kann ein Kollege sein, Kontakt zu einem Kollegen. Oder dieser Mann im Arbeitsplatz kennenlernen, begegnen. Das kann auch sein Arbeit sein. Und hier handelt es sich auch um Gesundheit. Das kann auch ein Arztbesuch sein oder Kontakt zu einem Arzt. Ist auch möglich. Jupiter ist in Skorpion. Das ist für dich sehr wichtig. Weil in deinem Geburtshoroskop ist hier Saturn sogar rückläufig. Hast du auch karmischen Themen. Erstens deinen Gefühlen transformieren, Angst loslassen, übergehen auf Vertrauen und Begeisterung. Und hier sind die Wünsche und Sehnsüchte unserem Planet Erde. Gaia, Gaia in deinem Geburtshoroskop ist auch hier im Skorpion im elften Lebensbereich. Und hier manifestiert sich etwas. Und Saturn zeigt, hier hast du die Lammaufgabe. Und Jupiter aktiviert diesen ganzen Bereich. Erstens, was ist die Lernaufgabe? Das habe ich gesagt. Die Gefühle transformieren. Zweitens, deine Wünsche leben und um die Freundschaften kümmern, damit es alles hier manifestieren kann. Jupiter gibt dir Chancen, Möglichkeiten. Jupiter vermehrt auch etwas. Vermehrt sich die Kontakt zum Freundschaften auch. Jetzt ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass das gebremst ist, dass man nicht übertreiben soll. Oder Vergangenheit. Dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Oder denkt an dir. Saturn, Pluto und Ketu ist im Schütze und bleibt noch im Schütze. Saturn, Pluto und Ketu. Saturn ist der Planet der Schicksal. Durch einen Saturn-Einfluss ändert sich etwas bei uns schicksalhaft. Immer. Oder treffen wir schicksalhafte Entscheidungen. Oder haben wir Begegnungen, schicksalhafte Begegnungen. Saturn belehrt uns auch. Saturn ist rückläufig, gerade hat mit Vergangenheit etwas zu tun, oft mit karmischen Themen. Pluto bedeutet, konzentriere auf dem Wesentlichen. Räume auf, von alles verabschieden, was deine Kraft, deine Energie, deine Zeit raubt. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun, oft mit karmischen Themen etwas zu tun. Und Ketu bewegt sich hier, das ist dieser absteigende Mondknoten und Zeit, die Erinnerungen, karmischen Themen. Saturn und Pluto, beide befinden sich gerade in diesem Knoten und wirken zusammen. Und das bei dir im zwölften Lebensbereich, was auch die Karma, die Vergangenheit symbolisiert, auch die Rückzug. Und das ist für dich sehr wichtig, Rückzug, Nachdenklichkeit, aufräumen, all das, was in Vergangenheit passierte. Und in der inneren Kraft bleiben, auch im Vertrauen bleiben und dein Leben so gestalten nach deinen Wünschen. Und lebe deine Kreativität, befreie dich, das ist für dich gerade die Befreiung. Neptun bewegt sich im Wassermann und aktiviert bei dir Themen, was mit Werten zusammenhängt. Auch die Selbstwertgefühle. In deinem Geburtshoroskop ist Neptun hier, im höchsten Punkt des Horoskopes, wo du Ansehen bekommst. Und Neptun ist hier rückläufig, also hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Ich muss Neptun beschreiben. Neptun ist der Planet der Künstler. Weil mit Neptun Energie haben wir Ideen, Ideenreichtum, Fantasie und Visionen und Träume. Neptun lässt uns inspirieren. Und ein Künstler braucht Inspiration. Und das im Wagen, was auch mit Kunst und Kreativität etwas zu tun hat. Und ihm platzt deine Berufung. Und hier hast du den karmischen Weg auch noch. Weil Rahu, dieser Drachenkopf, ist hier im Wagen. Ich habe die Karte nur, brauche ich bei der Bewegung, ich habe das rausgenommen. So, Neptun hat einen Einfluss auf Kunst und Kreativität und lässt unsere Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Aber mit Neptun kann man nicht greifen. Neptun muss fühlen. Neptun ist nichts anderes als Gott des Meeres. Das muss fühlen. Meer ist Wasser. Und Wasser symbolisiert Gefühle. Es geht nur über Gefühle. Aber wir begegnen uns immer wieder mit Menschen in unserem Leben, die erzählen uns etwas fantasievoll, traumhaft, schön. Und wir neigen dazu, das zum Glauben. Wenn das die Wahrheit entspricht, dann ist es wundervoll. Aber wenn das nur die Halbwahrheiten sind oder sogar Lügen, dann ist das eine Täuschung. Und wir fühlen uns dann enttäuscht. Und so etwas kann Neptun auch auslösen. Nicht weil Neptun uns enttäuscht, sondern diese Energie wird missbraucht. Und hier hast du einen rückläufigen Neptun in deinem Geburtshoroskop. Und das kann passieren, dass du immer wieder enttäuscht warst in der Vergangenheit, weil du zu wenig Anerkennung bekommen hast. Oder haben sie dir was versprochen und nicht die Worte gehalten. Oder warst du betrogen. Oder waren es Lügen. Also Täuschungen und Enttäuschungen. Und jetzt lernst du auf diese Neptun Energie vertrauen. Und Neptun in dir selbst entdecken. Deine Kreativität, deine Vision, deine Vorstellung. Und das Leben, das lebendig machen. Und Neptun bewegt sich auch. Und Neptun bewegt sich gerade in Wassermann, in den zweiten Lebensbereich. Und hier lernst du etwas Wichtiges. Zu deinen Werten stehen. Dass du wertvoll bist. Dass du kreativ bist. Dass du deine Träume leben kannst. Und wenn du das glaubst, wenn du das vertraust, dann kommst du in diese Energie und das bewirkt bei dir etwas im zweiten Lebensbereich. Und hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Du kannst deine Finanzen verbessern durch Kreativität, durch deine Vorstellung. Trotzdem sei vorsichtig, weil das kann bedeuten, dass andere Menschen, die Einfluss haben auf dein Leben, versuchen, diese Neptun Energie missbrauchen und dich über die Ohren hauen. Also achte auf die Finanzen. Jetzt kommt noch Rahu. Und Rahu bewegt sich hier in Zwillinge. Und aktiviert hier karmischen Themen im Alltag oder Arbeit. Rahu bewegt sich ganzes Jahr in Zwillingen und 2020 auch noch. Und Ketu bewegt sich im Schütze ganzes Jahr und 2020 auch noch. Also hier haben wir karmischen Themen. Schütze, Zwillinge. Bei dir im Lebensbereich Arbeit, Gesundheit und hier Rückzug. Und auch die Ursache erkennen, an Krankheiten oder in die Tiefe schauen, etwas überprüfen, untersuchen, die Gründe an etwas zu erkennen. 2. Juni. Mond übergeht im Stier. Und aktiviert bei dir diese Thematik. Den Tag genießen, die Ruhe bewahren, kreativ zu sein, mit Kinder was unternehmen, Fröhlichkeit, Lebensfreude. Und Merkur übergeht in Zwillinge, im selben Tag. Und aktiviert Zwillingsthemen, im sechsten Lebensbereich. Kontakte, Kommunikation, Austausch. Es ist alles so lebendig und das hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deine Arbeit. Kann auch Termine sein oder Verträge. 3. Juni ist Neumond im Stier exakt um 11 Uhr 2 Minuten. Hier im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Werte, über Finanzen, über die Kinder, über deine Lebensfreude, über deine Kreativität. 4. Juni. Mond übergeht in Zwillinge und steht mit Merkur in Verbindung und sie wirken zusammen. Und es handelt sich um Gespräche über Gefühle oder dieser Nachricht, diese Gespräche löst etwas aus in unseren Emotionen. Nach Neumond beginnt die zunehmende Mondphase. Zunehmende Mondphase eignet sich dafür etwas starten, was vermehren soll. Aber wenn wir erreichen den Tag Halbmond, dann würde ich nichts beginnen, weil ein Halbmond ist Spannung und werft alles zurück. 5. Juni steht Mond in Verbindung zum Mars. Mond-Mars-Verbindung. Sie wirken zusammen. Mars ist die Kraft, die Impuls. Und Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. Also es ist sehr, sehr gefühlsvoll. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person und das löst etwas aus in deinen Gefühlen, in seinen Gefühlen. Mond symbolisiert auch die Mutter. Das kann auch Mutter-Sohn-Verbindung sein. Und das erlebst du im Alltag oder in der Arbeit. Bei diesem Mann kann auch bedeuten, dass das sein Arbeitsplatz ist. Und so kennst du diesen Mann. Im selben Tag übergeht Venus im Stier. 5. Juni. In deinem Geburtshoroskop hast du Venus auch hier im Stier. Das heißt Venus-Wiederkehr und aktiviert deine Venus-Energie und das ist deine Weiblichkeit. Deine Kreativität, dein Schönheitssinn und Thema Liebe-Partnerschaft. Und hier kommt das Lebensfreude und Genuss dazu. Das ist der Bereich der Kinder. Das kann auch ein Kind sein oder ein Jugendlicher. Und das ist weiblich, ein Mädchen. 7. Juni ist Mond im Krebs. Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über Krebs. Also kann sich hier sehr gut entfalten. Das ist deine Gefühle oder dein Empfängnis, deine Mütterlichkeit. Aber Krebs hast du im siebten Lebensbereich. Das heißt, es wirkt in deiner Partnerschaft. 8. Juni bewegt sich Mond noch im Krebs und in seiner Umlaufbahn erreicht ein Punkt, was ganz nah zu der Erde befindet und aktiviert etwas in unseren Gefühlen, löst etwas aus in unseren Gefühlen und das sind unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche. Und bei dieser Position, wo Mond ganz nah im Erde befindet, in diesem Tag können wir unsere Wünsche verwirklichen, weil die Erde zeigt, es wird jetzt Realität. oder es steht ganz nah, erreichbar. Und das fühlen wir auch, wie erreichbar alles das ist, was wir wünschen, unseren Sehnsüchten, unseren Wünschen leben. 9. Juni ist Mond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Löwe symbolisiert dein Selbst, dass du stehst im Mittelpunkt in dein Leben. Dann kommt die Einfluss von Regulus. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher, einen königlichen Stern. Regulus ist das Herz der Löwen und aktiviert Herz und Herzensangelegenheiten. In diesem Tag sollst du nachdenken, was liebst du? Was ist in deinem Herzen geschrieben? Dein Hobby, deine Berufung, die Kinder, die Natur, Kunst oder Sport oder Familie oder deine Berufung oder Liebe, Partnerschaft. Und das sollst du wahrnehmen. Und hier kommt dann im achten Lebensbereich diese Transformation. Regulus aktiviert das. 10. Juni ist Halbmond, immer noch im Löwe. Dieser Halbmond ist exakt um 6 Uhr 53 Minuten. Ein Halbmond bedeutet, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, in einer Spannung stehen. Dann kommt auch noch die Erde dazu. Sonne, Mond und Erde. Eine Spannung. Es fehlt etwas. In diesem Tag, in diesem 10. Juni, fehlt die Luft-Element. Und das bedeutet die Leichtigkeit, die richtigen Worte zu finden, Kommunikation, die Luft zum Atmen, weil das fühlt sich so an, wenn uns etwas bedrückt. Und wir möchten davon befreien, weil wir wollen endlich aufatmen. Im selben Tag, in diesem 10. Juni, steht Sonne und Jupiter gegenüber. Die spiegeln sich etwas. Bei Jupiter handelt es sich oft um eine rechtliche Lage. Sonne möchte die Wahrheit. Und es wird gespiegelt. Und das müssen wir in dieser Position ausgleichen, vergleichen. Bei Jupiter und Sonne handelt es sich oft um eine rechtliche Lage, dass wir uns einsetzen möchten um die Gerechtigkeit und suchen wir die Wahrheit. Aber dann sollen wir beide Seiten die Münzen anschauen und das vergleichen. Aber es kann auch Themen handeln. Vater, das ist Sonne, symbolisiert Vater, symbolisiert auch unseren Selbst. Und Jupiter zeigt unseren eigenen Größen, zu unserem Größenstehen. Selbstfindung, oft hat das mit Vaterthemen zu tun. 11. Juni befindet sich Mond im Jungfraum. Kommen andere Themen, etwas in Ordnung zu bringen. Dann brauchen wir Heilung. Sollen wir etwas kritisch betrachten. Und hier im neunten Lebensbereich vielleicht Themen Ausland, Auslandskontakte oder Reisen oder Bildung. Kann auch spirituelle Themen sein oder Glaubenssätze, das in Ordnung zu bringen. Woran glaube ich? Diese Frage stellen. Es ist immer noch zunehmende Mondphase. 13. Juni ist Mond im Waage. Aktiviert Waage-Themen. Und das ist Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Und hier im zehnten Lebensbereich handelt es sich noch auch um Wünsche, Sehnsüchte, Ansehen, Anerkennung. Und zum Waage-Thema gehört auch die Liebe. 15. Juni ist Mond im Skorpion. Skorpion ist Wasserelement und Mond hat einen Einfluss auf Wasser. Weil Wasser symbolisiert unseren Gefühlen. Hier ist die Transformation. Und Themen sind Freundschaften. Mit welchen Freunden fühlst du dich wohl? Oder wer stört dich? Da Entscheidungen treffen, auch mal Nein sagen. Und Thema ist auch die Wünsche, Sehnsüchte. Am 16. Juni steht Mond mit Jupiter in einer Verbindung und sie wirken zusammen. Jupiter-Mond wirkt hier zusammen. Jupiter vergrößert etwas, das heißt wir fühlen sehr intensiv unseren Gefühlen. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit etwas zu tun und öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten. Es kann auch passieren, dass du Ungerechtigkeiten erlebst im Freundeskreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Im selben Tag, am 16. Juni, übergeht Sonne in eine Zwillinge. Beginnt ein neues Monatsthema. Die Monatsthema ist die Zwillingsthema, Leitigkeit, jugendliche Ausstrahlung, Kontakt mit Kindern, Jugendlichen, ein gewisser Neugier, kleinere Veränderungen, kleinen Reisen. Und das erlebst du hier im Alltag oder im Bereich Arbeit. 17. Juni ist Vollmond im Stammbild Schlangenträger. Dieser Sternbild ist ganz bekannt, das ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Gerade in diesem Grenzbereich befindet sich dieser Sternbild Schlangenträger. Und dieser Vollmond befindet sich gerade in diesem Stammbild. Dieser Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik, aber zählt nicht zu dem 12 Tierkreiszeichnen. Das wäre die 13. Tierkreiszeichnung. Weiß ich nicht warum, kann ich nicht beantworten. Fakt ist, die Vollmond ist im Stammbild Schlangenträger. Ich erzähle die mythologische Geschichte dazu, weil das hat eine symbolische Bedeutung. Und dann erkennen wir, in welchen Themen löst dieser Vollmond bei uns aus. Asklepios, dieser Schlangenträger, ist der Sohn von Sonnengott Apollo, der himmlischen Arzt. Und er hat ein Kind geheilt. Dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Asklepios hat das Kind geheilt mit Schlangenenergie. Es gab aber zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Heilkräuter in sich und der andere Schlange trägte die Gift in sich. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Heilt er das Kind mit Heilkräuter oder nimmt das Gift? Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind geheilt. Und diese Erzählung vermittelt uns etwas. Erstens, wir treffen wichtige Entscheidungen. Zweitens, dass wir achten sollen auf die Einflüsse von außen. Und das symbolisiert diese beiden Schlangen. Die eine ist das Gift, das heißt Lügen. Die andere ist die Heilkräuter, das heißt Wahrheit. Und wir müssen das beobachten und wichtige Entscheidungen treffen. Glaube ich an die Lügen? Und es kommt immer Honig süß verpackt. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie ein Kind, fallen wir auch im Honigtopf. Und dann brauchen wir Heilung. Und das ist diese zweite Schlange, diese Heilenergie. Und das spielt sich ab im Hintergrund bei diesem Vollmond am 17. Juni. Und die Himmel spiegelt uns etwas. Die Sternen zeigen und genau das spiegelt sich in unserem Leben. Es gibt auch ein kosmischen Gesetz, einer von den wichtigsten hermetischen Gesetzen. Wie oben, so ist es auch unten. 18. Juni steht Merkur und Mars in einer Verbindung in Zwillingen. Merkur-Mars-Verbindung und das heißt, sie wirken zusammen. Das kann bedeuten, wichtige Gespräche mit einer männlichen Person oder Termin oder Vertrag. Kann auch bedeuten, dann kommt die Mars-Impuls und wir sagen etwas unüberlegt. Im selben Tag ist Mond schon im Schütze. Aktiviert Schützenthemen. Und das ist Bewegung, Neuorientierung, Ausland, Auslandskontakte. Bei Bewegung kann auch Sport bedeuten. Und hier bei dir alles hier im Rückzug. 19. Juni aktiviert Mond erst mal Saturn, dann aktiviert Pluto, dann aktiviert auch Ketu. Und das sind Lernaufgaben, das ist wichtig auf die Wesentlichen konzentrieren. Das sind Themen wie Loslassen, das sind karmische Themen, das ist Rückzug, das ist Vergangenheit. Im selben Tag wird diese Mondbewegung von Nunki bestrahlt. Nunki bestrahlt nicht nur Mond, sondern auch Saturn, auch Pluto und auch diese Mondknoten. Diese Stern Nunki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier, verehrt. Und sie beschreiben einen heiligen Ort, einen Kraftort. Und das vielleicht ist gut in diesem Tag, einen Platz aussuchen, was uns wohltuend ist. Wo wir zurückziehen können, die Ruhe bewahren, das genießen können, mal mit Energie auftanken können. 20. Juni ist Mond im Steinbock. In deinem Geburtshoroskop ist Mond auch hier. Also ein Mondwiederkehr hast du. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Mond ist abnehmend. Das wäre auch, wenn du das vorhast, den richtigen Zeitpunkt, ein Diät beginnen, wenn du abnehmen möchtest. 21. Juni ist Sonne im Sommerpunkt und in diesem Tag ist Sommersonnenwende in 16 Uhr und 54 Minuten. Im selben Tag, 21. Juni übergeht Merkur im Krebs. Merkur verabschiedet von Zwillinge und übergeht zum Krebs. Das sind Gespräche und Handlungen über Familien. Das sind Krebsthemen oder Partnerschaft. Bei dir aktiviert siebter Lebensbereich. Das hat mit Partnerschaft zu tun. Kann auch bedeuten, dass du im Rückzug bist oder er ist im Rückzug. Und plötzlich kommt aber ein Nachricht, ein Kontakt und er bespricht das auch. Warum bist du zurückgezogen? Warum sprichst du nicht über Gefühlen? 22. Juni ist Neptun im Stillstand hier. Dieser Stillstand bedeutet wie ein Stoppschild. Halt, halt, halt. Bleib mal für einen Moment stehen und überlege etwas. Bring etwas in Ordnung. Und bei dir sind das Werte und Finanzen, weil das wirkt im zweiten Lebensbereich. Also dieser Tag ist für dich wichtig, nachdenklich zu sein über Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Auch kein Geld ausgeben. Es ist Stillstand. Und sagt, jetzt gebe ich kein Geld aus, sondern ich überlege, was kann ich dafür tun, meine Finanzen zu verbessern. Nach diesem Stillstand wird Neptun rückläufig. 23. Juni befindet sich Mond in Wassermann. In seinem Umlaufbahn erreicht den Punkt, was die weiteste ist, aus der Erde ausgesehen und aktiviert was. Und das fühlen wir auch. Das sind unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und das scheint in dem Tag für uns so an, wenn es so weit weg wäre. Unerreichbar. Und hier handelt es sich um Themen, Besitz und Finanzen. Etwas im Besitz zu nehmen. Wo in dem Tag neigst du dazu zu sagen, oh, das kann ich eh nicht, das wird nie zu mir gehören. Oder deinen Werten. Ja, ich weiß, dass ich wertvoll bin, aber was soll ich tun? Andere sehen das andere. Wie soll ich mich durchsetzen? Und dieses Bedürfnis ist aber da. Aber die Neigung, das zu verneinen. Ich kann das nicht. Ich erreiche das sowieso nicht. Ich bekomme das nicht. Und hier brauchen wir die inneren Stärke, das zu überwinden und zu sagen, nein, das ist nicht so. Sondern ich glaube an mir selbst. Ich stehe zu meinen Werten. Ich verlange Wertschätzung. Ich nehme alles in Besitz, was für mich wertvoll ist. Und ich kümmere um die Finanzen. Das sind hier die Themen. Im selben Tag, am 23. Juni, übergeht Mars im Krebs. Mars verabschiedet von Zwillingen und übergeht im Krebs. Es sind Themen, familiäre Themen, das ist Krebs. Und dann kommt natürlich Partnerschaft dazu. In diesem siebten Lebensbereich ist Thema Partnerschaft. Aber kommt noch dazu Verträge. Es ist auch möglich, dass du einen Vertrag unterschreibst. Merkur-Mars-Energie. Dass du deine Kraft einsetzt. Oder der Vertrag ist mit einer männlichen Person. Das ist auch möglich. Oder natürlich auch liebe Partnerschaft. Besonderes bei Mars-Energie. Das ist doch der Mann. 24. Juni steht Mond und Neptun in Verbindung. Die wirken zusammen. Und die haben ähnliche Essenz. Beide stehen in Verbindung zum Wasser. Und Wasser symbolisiert unseren Gefühlen. Beide stehen in Verbindung zum Träumen. Neptun bedeutet die Traumbilder. Und Mond vermittelt das. Also hat einen Einfluss auf unsere Träume, unsere Visionen. Du brauchst eine Vision über die Werte, über Besitz, über Finanzen. Kann auch bedeuten, dass du bekommst einen Traum. Und das ist der Sprache der Seele. Ich möchte nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum so ist. Weil im Tiefschlaf bearbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und diese Träume vergessen wir auch. Das hat keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das ist so lebendig und bleibt in Erinnerung, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache der Seele. Und die Traumdeutung entziffert das. Diesbezüglich kann ich helfen, weil ich deute sehr gut die Träume. Also hier ist bei Neptun-Mond-Verbindung ist das sogar möglich. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Das heißt Mond übergeht in Fischen. Und das ist Halbmond exakt um 10.46 Uhr. Halbmond ist Spannung. Es fehlt etwas. In diesem Tag fehlt die Erde Element. Fehlen die Taten, fehlt die Realität, die Bodenständigkeit. Wir verlieren, haben wir mindestens mal das Gefühl, wir verlieren den sicheren Boden unter unseren Füßen. Und Themen sind Schulungen oder der Schule des Lebens, eine bestimmte Prüfung bestehen, Kontakte zu Verwandten. 27. Juni steht Mond mit Uranus in Verbindung im Wider. Mond aktiviert Uranus. Und das sind Umbrüche und Veränderungen und unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung. 29. Juni ist Venus in Zwillingen. Venus verabschiedet von Stier und übergeht in Zwillingen. Und das sind Bewegungen, viel Bewegung, auch in die Liebepartnerschaft. Oder Kontakte zu Frauen, lebst du die Kreativität. Und das im Alltag oder in deiner beruflichen Situation. 30. Juni ist Mond im Stier und aktiviert bei dir Themenwerte, Besitz, Finanzen, Ruhe, den Tag genießen, mal gemütlich zu machen. Vielleicht mit den Kindern oder mit den Partnern, diese Lebensfreude zu leben. Also du kannst den Tag schöpferisch kreativ gestalten. Liebe Berylia, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.